Hey Gamer Inas, ich bin der B-Mag, der Marc. Und ich schwöre, ich mache es nicht, aber ich mache es jetzt trotzdem. Counter-Strike-Videos auf meinem Channel. Das macht ja sonst keinen Schwanz, er muss Schwitzen nehmen. Und bei mir ist es ein bisschen so, wieso ich das jetzt ausdrücken? Ich bin wohl nicht so schlecht gewesen, aber mittlerweile bin ich recht beschissen. Ich meine, jetzt bin ich ja nur noch das Hühnschi hier. Vorher war ich noch die kuren Kugel hier. Aber mit einem Flügelchen auf der Seite. Aber, ja, irgendwie macht es mir auch nicht mehr so Spass wie früher. Und was mich am meisten anscheisst, ist, dass ich so ein super Skin-Hyper-Beast-Teil habe. Aber das ist immer noch auf der CSGO-Launch, wo man wette kann. Und ich sage euch eins, leider, leider kann ich das irgendwie nicht retournieren. Keine Ahnung, vielleicht weiss jemand von euch, wie man das macht. Macht aber nichts. Wir spielen ein wenig Counter-Strike, Counter-Strike. Wir spielen das auf MM. Ihr könnt hier jetzt eh anspielen, aber das mache ich nicht. Wir spielen 64-Kick-Server. Mit wahrscheinlich beschissenigen Russen, die wahrscheinlich nach etwa 3 Minuten laufen. Mir ist es egal. Wie gesagt, ich spiele da nicht mehr wirklich gross. Also grosser Spiele. Ich muss es ein bisschen gedermässig und so. Aber nicht mehr wirklich, dass ich da stundenlang davor sitze. Vor allem Castys noch ab und zu. Vor allem jetzt so ein wenig mit den LAN-Partys und so. Habe ich jetzt so die Schweizer-Meisterschaft und so. Ich durfte ein paar Gakere, ein wenig fluchen können. Ein wenig zu viele Fluchen zu füssen. Aber ich mag einfach fluchen. Warum, dass ich das gehofft habe, weiss ich auch nicht. Der Item Swap Star Trek Value between two of the same Item Types. Vielleicht kann ich es mal brauchen. Ja, also wir spielen. Hoffen wir doch, dass ein paar Russen nicht gleich liefen oder so. Sondern wir werden lieb sein. Hoffen auch, dass es nicht in die Ferne kommt. Ihr habt die Map. Der ist am 1.6 Kasse. Was mich noch erinnern. Irgendwie 2004 ist es. 5 ist es gewesen. Wo wir gegen Quatis verdammt. Und wir spielen Mirage. Auch auf dieser Seite. Schade. Hätte jetzt noch gerne angefangen. Macht nichts. Hoffen wir, dass sie geile Seiche sind. Hoffen wir, dass sie nicht verdammt mühsame Arschlöcher. Aber wir werden es sehen. Und so btw. Für alle die, die finden. Ähm. Ja. Nein. Weisst du Marc. Also. Ich finde es jetzt schon noch easy. Aber Counter-Strike ist ein Zehnter nicht meins. Es gibt es ja noch anderes auf diesem Channel. Es gibt es ja noch anderes auf diesem Channel. Einmal von den. Ui. Ui. Hade ich. Ja du. Siehst das ist jetzt Tick 64. Da kann man eigentlich einen Meter nebenbei. Äh. Ballern. Und er geht immer noch rein. Uuuuh. Das Sauhung. Tigl. Komm, Andrik! Hallo? Gehst du mal? Hallo? Verreckt! Verdammte Wichser! Fuck you! Verdammte Wichser! Ah! Mit der AWP! Im Einspielen! Verdammte Wichser! 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 So. Bei mir spricht schon mal niemand, es ist immer gut, wenn man die Taktik nicht mal sagt. BA! Es geht einfach mal, jetzt hoffe ich, dass sie alle in einem Teamspeak sind. Jetzt sind wir relativ egal. Die gehen Richtung B. Mal schauen, ob ich irgendetwas bereiche. Ich glaube nicht. Oh ja, gut, das ist aber schon mal ein Schöpfchen. Ja, das ist gut so. Ja, boom, Martin. Der Javalaka. Oh, da kommen sie, Teddy. Leck ihr mir. Ja, du findest super gamed. Du kommst raus. Zeig dir doch nicht, zeig dir nicht, zeig dir nicht. Er faked. Ja, schau, er faked. Ja, schön. Nice, dude, nice. I know. Mhm, mhm, mhm. So. Komm, jetzt nehmen wir hier... Nehmen wir Nova? Nein, nehmen wir Nova. Nehmen wir hier... Safety. Offenbar, sie raschen. Wahrscheinlich hast du die Meteor. Nein! Ah, da ist er. Gut. Die Runde haben wir auch. Nichts. Ich weiß nicht. Ja... B250 ist doch gut. Ja, ähm... Generell... Die CS... Früher war es verdammt gesucht. Wie noch mal. Aber noch mit... Flavio... Und Kai... Und äh... Und äh... Ich kenne dich alle nicht. Sie waren früher recht gut. Ähm... Generell... Und heutzutage bin ich... Ich klinge Gatterer... Uuh... Das... Ist es... Oh... Also wirklich da... Attentions irgendwie... Die E-Sport-Feeds... Gar nicht mehr. Ui... Mal schauen, weisst du da... Brennt da etwas? Ja... Halt da auch noch einen aus. Ja... Zwei sind immer das Beste... Ui... Oh, von hinten! Ich klinge! Hahahaha! Ja... Das passiert, wenn niemand schaut... Hinge... Der Knife is real... Der... Fuck, man! Naja... Wir sterben ja gerne für das Team. Mhm... Schön... Jetzt hat den schon noch Arbeit gepostet... Der dritte Runde... Ja, das kann man machen... Letzt ist E auf B... Ich habe schon eine 2-on-1-Situation... Ich schaue, was er macht... Der Asfi... Ja... Verwürscht ihn... Gut... Aber trotzdem... Drei verreckt... Das hätte nicht müssen sein... Wir haben ja eine ABP... Ich glaube, zwei machen nicht Sinn... Auf dieser Stelle... Regel nicht... Ja... Eben... Ich sehe es für mich wirklich... Mittlerweile... Noch lustig... Und so... Gerade das Goal... Finde ich... Ein paar Techniken... Geil zu mal schauen... Hure geil zu mal schauen... Zum Spielen... Sicher besser als Source... Muss ich mal gesagt... Ja... HWP ist Mitte... Jetzt probiert er noch etwas zu peaken... Hinten... Wie jetzt schon gesagt... Gut... Wow... Ich bin schon fast da... Diese Runde... Gibt wahrscheinlich die Hose... Ja... Die Runde... Ist eigentlich schon gegessen... Aber hey... Lucky Strike... Komm... Ah... Leider nicht... Ja... Kurz... Sicher... Einen... Smoke... Mal kurz... Oh... Ja... Block... Mein Junge... Mhhh... Da ist er... Irgendwo da... Oh Ah, so ein Wichser, so ein Wichser Warum, 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 warum Warum Geht der da rein? Weisst du, ich meine Das check ich jetzt einfach nicht Weil, Bombe ist down, Connector Er hat keine Sicht auf Connector Von dort, also Könnt, ne, okay, ne, scheiss Dreck Naja, ich habe nur ein Barcode Hauptsache ein Barcode Und ich habe auch, wie gesagt, Hup, bin sehr low gewesen Von dem schönen Firstfrag hier Von dem Riesenmichy Das Team kann alles, das reihe ja durch Ist er clear? 1B 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 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 AAAAAA! Help me! Oh shit! Das ganze Timo clash! Immer geil! Schön! Schön. Jetzt auf dem das hier rein kommt. Das sieht nicht hinaus. Nein. Letzten Blick. Nein. Es geht nicht hinaus. Es geht nicht hinaus. Es war doch eine Chance. Es war doch eine Chance. Es war doch eine Chance. Es war keine Kälte-Runde. Ich dachte in Flamen viel mehr. Wenn ich in das Dreckspiel wieder mal spielen würde. Ich dachte in Flamen viel mehr. Ich dachte wirklich, es kommt nicht gut in Flamen. Wahrscheinlich jeder noch. Bis jetzt ist es gut. Vielleicht muss ich auch nicht reden. Wenn jetzt einer würde, würde ich sagen. Dann würde ich mir schon sagen. Davon, Davon. Ich würde natürlich nicht sagen, seine Mutter ficken. Ich würde sagen, du bist ein Böse. Du bist nicht so ein Sympathischer. Du hast schon Sympathischere gesehen als du. Du bist schon ein Gute. Aber Potenzial gegenüber hast du. Und Russland. Nicht gegen das Land. Aber Putin ist jetzt suboptimal. Ich würde auch nicht politisch werden. Das steigt mir nicht. Ja. Ja. Fuck you. Ja. Ich habe ihn verwischt. Was war das? Was war das? Was war das? Das ist so geil. Du hast die Haare gesehen. Göttlich. Das ist eben schön. Wenn du so downcrankt wirst. Dann bist du auch nicht mehr der Schlechteste. Ah, herrlich. Ja, ja. Wobei. Ich muss jetzt sagen. Du hast jetzt schon lange nicht mehr so M&M. Klassisches M&M gespielt. Uh, da kommt wahrscheinlich Granate Action. Nein, doch nicht. Oh, da hätte man ja nicht gedacht, dass es vorne kommt. Ich bin echt gut. Eine ist kurz. Und die andere ist auf dem Apartment. Ich denke. Oder Auto. Nice, dude. Last Apartment. Ich bin echt gut. Bis jetzt spielen wir gut. Liegt nicht an mir. Liegt vor allem an Yaku Luca. Der Kälp spielt wirklich gut. Hey, ich lobe sogar Leute in diesem Team. Das gibt es ja gar nicht. Ah, soll ich mal anwenden? Ach komm ich nicht mal runter. Oh ja. So, jetzt muss ich die ganze Zeit nur runter gespielt. Ach dann bin ich auch so scheisse mit der Rifle gewesen. Jetzt hier im CS bin ich eher schlechter mit der runter. Ich weiss auch nicht warum. Oh shit. Er liegt. Er liegt. Er liegt da mit der Arbeit. Er liegt immer schon. Er liegt am schnellen. Er liegt am schnellen. Er liegt in der Ruhe. Ich kriege das jetzt. Komm schiesse durch. Ah, jetzt kommt er. Das ist der Zonk bei mir. Ich bin hier immer ungeduldig. Selbst dann, dass ich das AIM habe, als wäre ich 80 und hätte Gicht. Aber das ist ja... Ah, schön. Das war schon geil. Jetzt kommt ein Underground. Der RAIN war connected. Das wird man wahrscheinlich erwarten. Das werden wir jetzt sehen. Wir müssen erwarten. Nein, nein. Nein, nicht Bomben. Das ist eh schon... Nein, zwei. Das ist Raspok gegangen. Ist das gerade ein bisschen unlaugisch? Oh, der kommt von hinten. Ich habe eine Möglichkeit. Kurz, denke ich. Nein, nein. Ah, mal an. Nice. Ja, es sieht recht dominierend aus. Obwohl ich finde, die anderen spielen gar nicht so fucking scheisse. Also da habe ich schon mühsamere Sachen gehabt, die jetzt mit einer 1-7-Show machen würde. Ich würde cheater, 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 cheater machen. Jetzt mache ich den Biri. Biri sind... Es ist eine Spezialposition. Es kommt sie. Biri ist nur für dich. Hör so. Hör so. Hör. 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 Oh nice... Hör. Och, da kommt der Luc. Yep! Und... Juup! Hat Ope. Hör noch ein tem-Mate-flashen. Das ist der Classic. W Taraft. Wie sieht will ich das noch inverte? Ja! WrebAM! Wenn wir mal noch USB. Spiel er gut. Obwohl eigentlich genau 0,0 kommuniziert wird. Aber irgendwie läuft es. Ich habe jetzt auch noch zweite Waffe, aber das mache ich nicht. Ich mache die Bombe Richtung B. Schauen wir mal, dass hier niemand mehr nimmt. Bier in Special Position. Das geht richtig an. Komm, du musst eine Bombe holen. Das ist noch etwas, was ich gerne mache. Der Bombe-Käuer generell, muss ich sagen. Für mich selbst. Oh shit! Wir müssen jetzt nicht dragen. Hier mal irgendetwas. Ist ja da. 2 und 2 Situation. 3 und 3 und 3. Oh ja. Letzte Ski. Oh, das ist ein ganz gutes Jahr. Das hat man nicht gemacht. Ich mache zu viel. Ich mache zu viel. Ich bin scheisse. Selbst auf diesem Niveau bin ich nicht. Juhu! Ist ja gut, wenn sie alles machen. Muss ich eh nicht machen. 9-1. Fucking hell. Diese Hörer Michis. Ich wollte jetzt wirklich einen spannenden Match präsentieren. Aber... Naja. Es ist wie es ist. Es ist... Schissen. Ja, komm. Baller du mal. Die Leitungen. Juhu! Fuck you! Wie viel hat er noch? Ja... Sieben. Und gib mir irgendwie... Schwanz. Ein verdammter Schwanz ist er. Schau, schau hier, hat nichts mehr in den Saugauf. Ja, kurz ist er. Ich heisse ihn. Kann man machen bei so einem Vorsprung. Ja, wie der Reindel. Ich glaube, das ist das Original. P90 wäre schön. Ja, da läuft der Feuer, P90. Ja gut, wer ist letztlich? Weisst du was, Terrorwarnung, jetzt komme ich. So. So. Warte, bis ich irgendetwas Dings lasse. Dann gehe ich rein. Okay, kurz mit der Anwäschung. Ich finde es noch so interessant. Aber okay. Ich glaube, die Runde verlieren wir da. Also nicht wie close. Warte, bis ich jetzt. Warte, bis ich jetzt. Sie haben viele ABPs. Let's go B. With shit. Tech-9-Action. Eh, Tech-9-P90. Let's see. Mit der Roastige Ration. Yum. Yum. Burn. Woohoo. Niedelie. Niedelie. Woohoo. 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 Fuck you. Woohoo. Hahaha. Tech-9. Äh, P90. Shit. Oh Gott. 11 zu 2. Also kann man nicht auch konteren, wenn sie alle AB haben. Nein, oder? Ich meine, so viel ABPs ist eigentlich nicht so sinnvoll. I'm throwing a flashback. Was ist echt gut? Nein, echt nie. Ja, da herrschiess. Uuuh. Woohoo. Kommt uns wahrscheinlich hier wieder? Sefero. Sefero. Taktis. Swim. Ah, den haben wir in Schossen. Das muss ich noch einmal machen. Easy! Ja, das ist Russland! Let's go bring. Oh, die Sniper. Oh shit. Yeah! 2 zu 13 für uns, für Team Niederussland. 16 brauchen wir. Ich bin recht ruhig. Ich muss mich ein wenig konzentrieren. Ich kann das nicht so schnurren. Ich kann es schon bei anderen spielen. Aber für die CS geht es um meine Erde. Da habe ich einen gewissen Ruf zu verteidigen. Jetzt gehen alle irgendwie B. Das ist auch gut. Das geht dann auch mal. Ja, geht's. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah, du hast mich nicht. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh man. Auf das eine Desion B E ist ein Brighter HD reboot. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Sampritsch, no sight. Plante. Ja, locker, Mann. Juuu. Mua. Oh, ja. Ah, Scheiss drauf. Ich würde ihn nicht mehr nehmen. Aber du hast es gerade in der Peinlicht gesiebt. Ich gehe wieder alleine auf dich. Irgendwann kommen sie, Bär. Ah, schön. Diakululululululul. Ah, da kommt Bär aus. Komm, komm, schiff. Ja, wenigstens eine. One is B, at least. We got the bomb. Defend the bomb. Yes, get on the chopper. Nein, schau, Royal macht es. Ah, da. Uh, 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 uh. Minute hat er noch. Jetzt kommt ein totes Fleisch. Was ist das für eine Fleisch? Eine ganze Wöde-Fleisch. Two on. Two Situation. Two on one Situation. Yucu, Look, jetzt kommt er da. Ich weiß nicht, ob er er bricht. Ja, nein, es war noch eine Situation. Er muss auf diesen Spot gehen, der Optikskunde lenkt ihm nicht mehr für den anderen. Ja, jetzt war er. Ja, hinten durch ist schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass er vom Main kommt. Oder dass er wirklich noch auf B arbeitet. Er ist noch auf B. Er ist noch auf B. Er ist noch auf B. 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 Nein, doch nicht B. Oh ja. Die Plays, Mann. Die Plays. Die 14-4. Die Runde. Zuerst mal etwas zu kaufen, wobei ohne geringen Schutz. So, um Magic B. Ich merke, jetzt muss ich noch etwas zeigen. Das kann doch nicht wahr sein. Verdammt durch in diesem Niveau. Und ich bin in der Mitte. Das ist schon scheisse mittlerweile. Game-sensevoll. Nicht voneinander. Gut, die Map schon in Day 6. Beide hier? Nein. Niveau. Niveau. Runtas. Schön. Mhm. Schön. Mhm. Ja, habe ich. Warm God. Mit Medford Sticker drauf. Letzte Runde. Ja, ja. Für das Eingrasch der Pille, ich weiss nicht was. Nicht schlecht geschlagen. Ja, ja. So. Jetzt haben wir nicht aufgefallen. Aber die sind wahrscheinlich auch in Gold Nova 2 oder so. Mal schauen, ob etwas kommt. Mal schauen. Und etwas. Haben wir sie? Warte. Schiesse noch mal. Oh ja. Hei-Hi-Hui. Töter. fitting. Problem. Hp-H好吃. Ja, ja. Jetzt muss man jetzt jump. Wuuu. Mh-h. Und das weg unten. Chichi. Hoi-h. Legendary. Wir werden wieder nach unten kommen. Ye. Wuuuh. L-huuuh. Huuuh-h. Huuuh-h. Ho-hu-hu-h. Igelmaster, so ein Scheiss Mann, ich will mich mit fucking Erdkugeln retten. Auch mit Scheissenspielen kommt man weiter, muss ich auf jeden Fall wieder ran. Ab und zu bringe ich jetzt wieder mal eins von diesen Videos, gerne mit anderen und nicht mit so ruhigen Russen. Wenn es euch gefallen hat, oben rechts könnt ihr den Fick einfach mal abonnieren, wäre geil. Mir gerne mehr, ihr könnt kommentieren, was ihr sehen wollt, ihr spielt jeden Dreck. Und ich wünsche euch einen ganz, 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 ganz arschgeilen Tag für euch. Der Marc, der B-Mag, tada!